Michael Schumacher, nach dem gestrigen Training jetzt in der ersten Reihe, Trainingsbestzeit gefahren, allerdings bei nasser bzw. bei feuchter Fahrbahn gibt es da eine neue Abstimmung jetzt für den heutigen Rennsonntag. Ja, auf jeden Fall. Bei nasser Abstimmungen fahren wir viel mehr Flügel und wir fahren das Auto viel höher. Bei trockener Fahrt stimmen wir das Auto vollkommen neu ab, was wir letzte Woche beim Testen bereits schon vorgenommen haben, haben daher die Einstellwerte schon. Und da sind wir noch 50.000, haben wir vielleicht noch ein bisschen dabei. Untertitelung ab 20.09.2021 Wenn Sie da nun anstellen, dann war das große Fall, dann ist die Position. Bei Nahtläufen ist es nicht. Dafür läuft es von ganzem bei Maschinen. Es läuft von ganzem bei Enddoor. Wir haben hier wieder Positioniert. Wir haben hier wieder Positioniert. Wir haben hier wieder Roppel und Maschinen. Wir haben hier noch ein paar Worte. 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 Wir haben hier wir noch sagen muss. Wait they will. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020